UNTERTITELUNG Ich hab schon gehört, dass du wieder da bist. Hat sich ja so rumgesprochen, ja? Ich geb dir Geld, dann kannst du gehen, wohin du willst. Du musst dir das hier nicht antun. Deine Tochter sitzt im Rollstuhl! Ja meinst du, das wär passiert, wenn du dich damals richtig verhalten hättest? Die sitzt da drin, weil du abgehauen bist! Guck einmal hin! Ihr beiden, ihr habt mein komplettes Leben kaputt gemacht. Das macht ihr nicht nochmal. Manche Menschen müssen sich eben unbedingt was beweisen, denen ist alles egal. Manche Menschen müssen einfach nur noch saufen, denen ist auch alles egal. Ich muss dich erst so zu ihr kommen. Wärst du sonst gekommen? Wärst du sonst gekommen? Wir sind einfach nicht der Reihe. Wir kommen, wir kommen! Wärst du schon? Wärst du sein? Ich verschlech, jetzt! Untertitelung. BR 2018